Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play Together, heute mal am Strand und im grünen. Ja, und wir haben das Rohr hier mal erweitert, ne, und weil wir hier ja die Quarry auch im Wasser anschließen wollen, weil da auch irgendwie schlauer ist, dann sieht das nicht so scheiße aus hier überall. Ja. Würde ich sagen. So, ich schicke mal was unsere Quarry macht und gebe dir mal mehr Strom, ich hau einfach den Rest weg, der Strom zieht. Ey, das brauche ich. Obwohl, nee, erstmal nicht, ich muss ja jetzt erstmal hier Stahl und so machen. Wir brauchen das ja eh relativ, ne? Ja. Guck mal, da ist ein... Das mit Vanille hatten wir da alles gar nicht. Da ist ein Bienenhive hier. Ja, scheiß auf Bienen, Alter. Ja, können wir mal stehen lassen, was ist das? Meadows Hive. Hört sich gut an. Da ist ein fetter Slime. Slime. Den kill ich jetzt. Ich mach den kaputt. Obwohl, nee. Warm. Obwohl, ich komm mir schon entgegen, ist doch gut. Blue Slime. Fick dich, Blue Slime. Dort, hier können wir in unser Haus rein. Wir haben überall Eingänge in unser Haus. Ja, ist nicht schlimm. Ja, was sollte so passieren, ne? Eben. Ja, gut, ein Creeper ist natürlich scheiße, aber... Na... Wir sollten hier mal... Ja, ich glaube, wir sollten hier unten nochmal eine Tür reinmachen. Das wäre schon besser. Okay, HSL-Stahl habe ich jetzt. Jetzt brauche ich erstmal die ganzen Rotary Craft. Scheiß. Stahl-Tür wäre gut, sagst du? Ja. Okay, ich brauche Steam-Engines. Dafür brauche ich... Oh Gott, viel Spaß. Ja, ne? Ja. Wie ist das jetzt hier mit dem Grinder und so? Das wollte ich bauen. Okay, was zieht denn hier alles Strom gerade? Ich weiß nicht, da oben die drei Sachen, wenn dann noch hier irgendwie, aber... Der ist aus, der ist durch. Nö, hier zieht nichts mehr Strom. Ist vielleicht der Reaktor aus, aus irgendeinem Grund? Ne, der ist online. Ja, aber der produziert wahrscheinlich nicht genug. Der produziert ja... Wie viel? Wann mal... Äh... 350 steht hier. Ja, 360 RF pro Tick. Oh! Ist eigentlich okay, weil eigentlich zieht die Quarry nicht... Ja, wir haben wahrscheinlich einen zu hohen Verlust durch diese Leitung, ist darunter. Denkst du? Ja. Das könnte sein. Kann diese Leitung denn Verlust, weil ich meine... Ne, die Quarry geht wieder schneller. Ja? Ja. Das lag dann tatsächlich daran. Ja, an den Geräten da oben, weil die ziehen schon... Ganz gut, eigentlich. Ähm... So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte... Ich wollte jetzt hier den scheiß Steam Engine machen, ne? Äh... Der Engine muss gemacht werden. Aber dafür brauche ich erstmal Liquid Pipes. Hör mal, hast du Bock, mir einen Gefallen zu tun? Warten. Warten, oder? Was kommt jetzt? Ähm... Ich bräuchte Fackeln, bitte. Ja, wieso daten? Das ist jetzt Unsinn. Ich hab keinen, leider. Sorry. Ja... Ich hab dafür Goldohr. Ja, warte, ich mach gleich welche. Oh, das ist geil. Das ist richtig geil. Ich muss nur erstmal den Rotary Craft Work Table bauen. So, dafür brauche ich Bricks und dafür brauche ich gebratenen Clay, den wir nicht haben. Britschblend brauchten wir auch? Ähm, ich weiß nur noch nicht so richtig für was, aber irgendwann brauchen wir den, ja. Alles klar, ich bring den mal mit. Und das ist außerhalb der Crowey Zone, weißt du? Ja. Hast du eigentlich ein Crowey des Bastards mal gesehen? Ja, aber fand ich nicht so gut. Nee? Hast du dir nicht gefallen? Ich fand, das war unheimlich langatmig und am Ende sterben alle innerhalb von 8 Sekunden oder so. Das war für mich sehr unbefrieden. Ich hab halt auch mit einem viel brutaleren Film gerechnet, um ehrlich zu sein. Ah. Ich fand den irgendwie eine gute Abwechslung zum Kriegsfilm, weißt du halt, ne? Ja, aber irgendwie auch so mit mir gefiel der nicht, muss ich echt sagen. Ich fand den, aber den Christoph Waltz fand ich ziemlich hardcore, ey. Ja, gut, der ist immer cool, ne? Ja, der spielt schon immer ein ziemlich geiler Wichser, irgendwie. Ja, außer bei Dingen hier bei Django, ne? Ja, der war der auch cool. Obwohl, da ist er auch eigentlich ein abgezockter Wichser. Ja, wobei, er macht da trotzdem was Gutes, irgendwie, ne? Ja. So, das war jetzt da. Jetzt brauche ich noch ein Crafting Table. Boah, ich höre die ganze Zeit die Zombies aus der Farm, das macht mich voll nervös, ey. Alter! Warte. Fuck, 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 was ist hier passiert? Was ist passiert? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ach, wieso habe ich mir denn jetzt Chests gemacht? Ich habe irgendwie Schaden genommen, ich weiß noch nicht warum. Nimm mal von diesen Orberry Bushes Schaden? Ja. Okay, nur wenn man dagegen fällt oder so. Ja, die haben Stacheln. Alles klar, gut, ich habe mich gut erschrocken. So, ach, nicht Wirktable, ich brauche ein Worktable, so. Ja, Wirktable. Ein Wirktable. So wird gewirkt. Hä, den wollte ich doch gar nicht. Ich wollte, wo ist er? Bist du blöd, da ist er? Ach, Slaps muss ich noch machen, Mann ey. Ja, besteht aus so vielen Einzelteilen, das nervt. Ich weiß, was du meinst. So, Stone. Die Korle können wir bald mitnehmen. Ja? Ja, dann stellen wir die ins Meer. Ich freue mich schon. Das hier hin, den da hin, Glas hier hin, das da hin. Ne, da kam kein Glas hin, da kam ein HSLA-Stahl hin. So, mein Gott. HSLA. Is mir egal. Kennst du? Ne. Nein? Du kennst nicht dieses Is mir egal, das Lied? Ne. Du musst mal eingehen, weil YouTube ist ganz lustig. Ähm. Es ist sehr dunkel hier unten. Ja, glaube ich. Aber ich kann dir die nicht da runterbringen jetzt. Ach, na gut, dann komme ich hoch. Du konntest mir die einfach runterwerfen an der Quobby. Ja, warte, mache ich. Ähm. Soll ich dir nicht auch mal die Portalgun runterwerfen, als du direkt so ein Portal da unten lässt? Oh, das wäre mir sehr unangenehm, wenn du die hier runterwirfst. Warum ist da Lava? Ja, in der Nähe. Ja, auch unter uns ist gerade Lava. Aber die wird gerade in Obsidianum gewandelt, so wie ich das sehe. Warte, ich komme da eben hin. Wobei es natürlich schon cool wäre. Wo das Kabel rum... Oh. Ach, ich komme einfach runter. Machen wir es so. Das ist sehr cool. Dann kann dir nichts passieren. Und ich habe oben schon ein Kabel... äh, schon ein Portal gelassen. Das ist sehr cool. So, wo bist du denn hier? Hi, ich bin unten. Also... Ja, ich bin jetzt an der Quarry direkt. Ja. Siehst du mich hier unten? Ich bin hier rum. Ach, da. Lol. Willst du da weg? Ähm... Na, also wenn du mir hier so... Guck mal, du könntest mir hier... Warte. ...so ein Portal hinmachen. Dann kann ich dann nachher durch. Du kommst dann aber oben aus, ne? Ja. Also hier so. Ja, ich würde aber auch gerne noch hoch. Warte mal, ähm... Du kannst ins Wasser springen und da hinschwimmen. Ach ja, stimmt. Boah, guter Tief genug war. Zweieinhalb Herzen hatte ich. Ich mache das mal hier hin. So, den Portalgang kann ich ja direkt wieder mitnehmen eigentlich, ne? Ja. Ja. Gut. So. Ich habe keine einzige Torche aufgenommen. Oh. Warte. Krass. Ah. Perfekt. Da hast du. Vielen Dank. Das muss funktioniert haben. So, und was kommt jetzt in diese blöde Liquid Pipe rein, ey? Ich würde Lava machen. Ach so rum, lol. Lava. Ich habe es nur falsch rum aufgebaut hier. So. Liquid Pipe. 16 Stück. Ich muss Wasser ranpumpen, also mache ich mal ein bisschen mehr. So, machen wir mal 64 erst mal. Okay. Dann mache ich jetzt die Steam Engine. Ach nee, die Pumps mache ich erst. Pump. Hier schlägt irgendwann schon wieder die Tür ein. Oh nein. Ich baue gleich eine Iron Door. Ich glaube, das sind mehrere. Ach nee, das ist nur einer. Ja, ich bin voll am Sack, ey. Oh, und ich muss was essen. Ich reck die ganze Zeit gar nicht, lol. Zweieinhalb Herzen und reck nicht. Das ist nicht gut. Nee, das ist gar nicht gut. Ähm. Da haben wir es doch hier. So. Brötchen machen. Oh, Brötchen. Willst du auch was zu fressen? Boah, in real life, ja. Ich geh da abends zum China-Buffet. Ja? Zum goldenen Stier? Ja. Ah. Ja, das wird richtig gut, ja. Das ist immer gut, goldenen Stier. Und danach, ich weiß noch nicht, wo ich kommt jetzt dringen gehen soll. Ein Daktari wird so voll sein, ne? Und wie viel Uhr denn? Ja, Samstag, ne? Ja. Ja, gut, kommt drauf an, wenn du um kurz vor Öffnung da bist, dann nicht, ne? Kennst du halt, ja. 19 Uhr? Nee, nee, passt nicht, also. Ich denke mal, Essen wird schon dauern, ein Stündchen. Zwei. Ja, mal gucken. Zwei, mein Gott. Ja, ne? Oder man ans Kino. Läuft denn irgendwas? Ich glaube, hier Warriors of the Galaxy oder so. Boah, ich weiß ja nicht, ob das bald ist. Wer hubt denn da bei dir so, welcher Spasti, ey? Ich glaube, hier haben welche geheiratet. Weiß ich, hast du so weit? Muss das denn immer sein? Leute heiraten jeden Tag, ey. Wusstest du, dass es eine, na, wie heißt das, Kolonnenregelung im Straßenverkehrsrecht gibt? Ja, habe ich schon mal von gehört, aber ich weiß jetzt nicht genau. Du kannst eine Kolonne anmelden. Ja. Diese muss aber eindeutig gekennzeichnet sein. Also das Straßenverkehrsgesetz lässt das zu, beziehungsweise die Ordnung. Und Huben reicht kennzeichnen? Ja, du kannst zum Beispiel einen blauen Eimer oder einen Liedereimer aufs Dach sitzen bei jedem Auto. Ja. Das würde reichen, weil dann jedes Fahrzeug eindeutig identifizierbar ist als Teilnehmer der Kolonne. Und wenn du dann, sagen wir, du hast 50 Wagen, die in dieser Kolonne teilnehmen, und von den 50 Wagen fährt der erste über grün, dann wird es rot, dann können alle weiter 49 Fahrzeuge über rot fahren. Nun, bist du Teilnehmer im Straßenverkehr, stehst du an der Kreuzung, es wird für dich grün, du fährst los, und da fahren einfach noch 49 Fahrzeuge über die Ampel. Ja, voll Panne, was ist das denn für eine Regelung, ey? Ja, aber das ist laut STVO alles total super legitim. Mann, 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 Mann. Muss man wissen. Ja, auf jeden Fall. Nein, äh, ist gut zu wissen. Können wir auch mal ausnutzen. Aber muss man anmelden vorher, ne? Eine YouTube-Kolonne. Genau, aber mit 2000 Wagen. Ja, oder mehr. Dann fahren wir damit immer im Kreis, in so einem Kreisverkehr und blockieren den über Stunden. Boah, unbekannte Teilnehmerzahlen melden man einfach an. Genau. Okay, Krankenwagen nach dem Gehupe. Weißt du, echt, immer diese Kranken. Unglaublich. Da hat die auch immer so aufmerksamkeitshäschend sein müssen. Unglaublich, ne? Echt unglaublich. Weißt du, da muss extra einer, musst du dir mal überlegen, da muss einer für losfahren. Der hat gerade so schön Kaffee getrunken und sitzt im Warmen und dann ruft einer an, dann muss der losfahren. Man muss nur eine Jacke anziehen und so. Ja, voll ätzend. Man muss sogar da scheißen, ey. Voll ätzend. Ja, finde ich auch nicht gut. Hi. Na? Hi. Ähm, ja. Irgendwas ist beim Server-Restat übrigens schiefgelaufen. Wieso? Guck mal, da haben wir jetzt zwei Portale. Echt? Ja, da oben auch noch. Leu, wie soll das denn? Weiß ich nicht. Hä? Oder wenn man die ins ME-Drive steckt oder so? Wenn du die dann irgendwie resettet? Weiß ich nicht eigentlich. Dann testen, pack die mal ins ME-Drive. Die ist da drin. Okay. Oder ist das pro Person? Nee, eigentlich nicht. Weil eigentlich ist das so, auch wenn du die gleiche findest, äh, ändere ich deine Portale auch. Meine ich. Guck mal, das sind jetzt meine. Das sind meine. Jeder von uns beiden hat ein eigenes Portal-Set. Lol. Teste mal. Das wusste ich gar nicht. Warte mal. Machen wir mal ein Portal. Jo, das ist dann meins. Lol, das wusste ich gar nicht. Okay. Das ist ja cool. Bockt. Geil, dann können wir einen Aufgang hier stehen lassen, immer von oben nach unten. Ich verleg' gerade, ob ich mich mal unten so ein bisschen durchporten soll. Oh Gott, das wird böse Händen. Geh lieber in den Nether und hol da gute Sachen. Port dich da durch. Gute Sachen? Ja, ja, wir brauchen Glowstone, ähm, was brauchen wir noch? Äh, Netherquadze und Blazeroths. Ich hab' kein Schwert. Das ist keine gute Idee. Ne, das ist keine gute Idee. Und wir brauchen auch Holz. Wir haben keine Oakwood. Willst du mitkommen? Ne, erstmal nicht. Ich wollte jetzt erstmal... Aber hätten wir zwei Portal-Sets. Ja, aber ich wollte jetzt erstmal den Grinder fertig machen hier. Okay, alles klar. Weil das ist so ein bisschen... Da muss ich jetzt dranbleiben sonst. Was willst du, Spinne, du auf mich drauf springen, ne? Ja, ich wusste dat. Aber die ist dann in mein Schwert reingesprungen. So wie die blöde Riesenspinne in Herr der Ringe. Genau so. Ah, bald kommt der Hobbit dann, naja. Da bin ich ja mal gespannt. Aber ich muss echt sagen, ich fand den Hobbit nicht so gut wie Herr der Ringe. Ist komplett anders. Ja, nein, ich fand halt der war unheimlich billig gemacht. Echt? Ja, ich mein, guck dir mal von manchen Zwergen die Kostüme an. Die sehen aus wie in so einem Slapstick-Film. So, die, ich sag mal, die, die jetzt keine Hauptrollen spielen, die aber trotzdem permanent dabei sind. Da sehen manche aus, ne? Finde ich total billig. Ich mach mal jetzt ein Post-it. Ja? Für was? Du weißt, was da draufsteht? F11 anbeinden. Hast halt irgendwo drin gebunden, oder was? Ne, das ist Fullscreen halt, ne? Ja. Ja, nervt, Alter, nervt. Warum? Hast kein Fullscreen? Ne, weil nicht anklicken, ne? Ja. Ja. Nicht anklicken? Was passiert, dann hab ich erstmal Pause. Achso. Ja, das ist ja schlecht. Aber Pause ist auch ein gutes Stichwort, denn die Folge ist zu Ende, Chris. Nein. Doch. Dann alles Gute, dir viel Spaß und bis später. Ja, dir auch. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.